Okay, nächste Saison ist ein bisschen Geld für heute Mario. Erst bei den Boys, ich sag wohl, dann geht's auf die Bühne. Sehr gut, Dian. Ja, das geht ja auch. Was? Hä? Ja? Wo ist er denn? Tier! Ja, wir hätten Angst. Alles noch leer, das reicht nicht. Nicht mehr die zwei Ballons, sonst fällst du um, das kommt in deinem Kopf an. Ich bin bereit. Ich hab mal bereit. Ah, scheiß drauf. Das ist eine Droge. Ja, ich bin bereit. Ich kann doch so, ich weiß nicht. So, ich weiß nicht. Okay. Halt mich über die Technologie. Was? Ich war nicht bei der Droge. Was? Oh, jetzt ist doch ruhig. Weiter. Ja, ja. Weg, weg. Weiß! Hierher, taue. Töne! Nee. Töne! 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 Ich bin nicht bei der Droge! Töne! Musik 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 Oh! 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 Bravo! Was war das Nächste? Das war das Nächste. Pro Max! Pro Max! So eigentlich ist es ja nicht für Kinder vorhanden, weil Pro Max war ja eigentlich mal so eine Band, die Berliner gehört hat. Also die Arten, die Landmeier, weil er das nicht passiert ist. Der Karschen ist einer von den Pol-Jungs. Früher hat er nur Contemplation. So ein bisschen so was Nettes für Arme war ich damals. Warte mal, jetzt weiß ich das mal.